Hey Leute, was geht ab? Ich bin seit Ewigkeiten mal wieder da und ja, ich hatte einfach ewig keinen Bock auf LOL und ich hatte keine Lust irgendwas zu machen, worauf ich keine Lust habe. Und das wäre dann gezwungen rausgekommen und das wäre scheiße. Und das wisst ihr, das weiß ich, darauf hätte keiner Bock. Und ja, dann habe ich gesehen, ihr krank, ich bin jetzt schon bei 750 Abonnenten, die kann ich nicht einfach so hängen lassen, habe mich wieder an LOL reingesetzt und wieder Bock dran gefunden. Das Game macht wieder echt Laune, vor allem jetzt geht ein Seasonende, wo es wieder ein bisschen ums Climben geht, hat mal ein bisschen Ansporn und ich versuche das Ganze jetzt im Stream noch so hoch wie möglich zu reißen. Der Link ist unten und ich würde mich freuen, wenn ihr ready for battle seid und mir dazu joint. Bis dann, haut rein.